hallo und willkommen zurück zu prey wir feiten uns jetzt hier in die lobby oder ja keinen neuen operator aus der lobby am tschüssi kowski weg hier so jetzt müssen wir mal meine operation sind als personalkosten in der trendstar buchhaltung getarnt ich löse personalprobleme ihre kollegen die sich im frachtraum verstecken werden in wenigen minuten ersticken vielleicht können sie sie retten aber dafür müssen sie ihr loch verlassen ratte lebenserhaltung die uhr tickt morgen da hat den sauerstoff zum frachtraum abgedreht mir sind hier die hände gebunden und die türen reagieren nicht die atmosphären kontrolle ist in der lebenserhaltung wenn sie helfen können dann schnell ja ihr wollt mich jetzt verarschen oder bis er hat zu recht angst obwohl ihre einschätzung falsch ist da manipuliert das sauerstoff stickstoff verhältnis wenn stickstoff ausströmt werden alle im frachtraum wesentlich schneller sterben als wenn er nur den sauerstoff abgedreht hätte ich schätze sie wären schon tot wenn da nicht versuchen würde sie zu manipulieren wo ist er denn wie wie den techniker verstehe ich nicht ich bin doch jetzt hier es läuft auch noch eine zeit jetzt läuft ja auch noch eine zeit willst du mich verarschen jetzt wird es ein bisschen der macht mich kirre der penner jetzt muss ich zum lobby aufzug muss runter in die lebenserhaltung den komischen kobold hier hinten darf ich aber auch nicht jagen was ist denn hier los komm 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 rein da und runter in die lebenserhaltung hallo 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 komm 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 Und der Druck, da kann ich gar nicht arbeiten. Und der Druck, da kann ich gar nicht sagen. Aua. Wo ist denn der blöde, wo ist das? Ach man, Leute, geht mir nicht auf den Zeiger. Hier komme ich nicht rein. Ich kann so schnell agieren. Was ist dein weiterer Operator? Unverständlich. Ich bin einzig auf ihn. Das ist das Ding, lieber. Aber noch hacken jetzt. Ach komm. Boah, jetzt werde ich gerade ein bisschen hier unterstresst. Also hier, das geht gar nicht. Mach weiter. Da ist er. Ausschalten. Auf Wiedersehen. Ein Problem weniger in diesem Chaos. Nun bleibt nur noch Alex. Und die Aliens. Keine Ahnung, was schlimmer ist. Na ja, was soll ich denn machen? Morgen. Hier kommt Luft rein. Ich kann atmen. Da. Hoffentlich nicht mehr. Danke. Wenn wir hier noch länger. Egal. Elisa, over. Hm. Ah. Boah, das war jetzt aber auch hier. Meine Güte, ey. Countdown. Das hasse ich ja, ne? Also, Countdown hasse ich. Wie die Pest. So, was haben wir jetzt hier? Das ist der Typ tot. Und jetzt? Und jetzt? Ach so, wieder den in der Dingslaube irgendwo suchen. In der Psychotronik. Gut, aber wir nehmen uns erstmal hier die Zeit und killen jetzt mal die ganzen Bieste hier, die die ganze Zeit auf mich geschossen haben. Was sei denn? Ach, jetzt sind sie weg. Das war ich ja noch nie. Eigendiagnose-Protokollin. Ist etwas kaputt? Ich muss Probleme gefunden. Öffnung freigeräumt. Operator Einsatz fortsetzen. Okay, jetzt haben wir hier alles, oder? Hier bin ich eben durchgerannt. Ja, ja, ja. Oh, nee, hier lang. Hä? Doch, hier lang. Hier durch. Ja, ja, ja. Genau. Hier kam ich runter. Hier kam ich her. Okay. Jummi, jummi, jummi. Der Stren... Also der Countdown... Er ist nicht schon wieder. Oh, leer. Läuft. Läuft. Ja, ja. Krass. Wir haben uns über 500 Schuss gehabt. Erarbeitet oder gehabt, ne? Jetzt suchen wir den anderen Vogel in der Neurotronik da. In der Psychotronik. Suchen wir den anderen Vogel jetzt mal. Sau, der muss auch mal, bis der sich bewegt hat. Bildfunktion. Du Sau. Psychotronik. Ich habe das anfangs mit der Neurotmod-Technik da einmal verwechselt. Ich habe das anfangs mit der Neurotronik. 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 Hallo? Dennis? Systemalarm. Reparaturbedarf. Alle Systeme einsatzfähig. Das sollte helfen. Sie sollten nun wacher sein. So. Jo. Ach ja, natürlich. Ach, natürlich wieder hier erst. Okay, gut. Dann mache ich hier einen Cut. Ich muss auf Toilette ein bisschen früher heute, ein bisschen kürzer. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in den nächsten Folgen. Bis dahin. Bleibt gesund, habt eine schöne Zeit.